Jack Hebert strebte nie nach einem verschwenderischen Leben. Von klein auf schätzte er Einfachheit und fühlte sich mit den Grundlagen wohl. Das Aufwachsen in einer bescheidenen Mittelklassefamilie lehrte ihn, sich auf das Notwendige zu konzentrieren, anstatt sich im Übermaß zu verwöhnen. Diese Erziehung formte seine Prioritäten, Zufriedenheit, Ordnung und Leben im Rahmen seiner Möglichkeiten. Als Jack durchs Leben ging, machte er oft Kompromisse bei seinen Werten, besonders für seine Frau, Jacqueline. Sie hatte mehr materialistische Wünsche, die mit Jacks einfacheren Ansatz kollidierten, obwohl er sich anfangs widersetzte. Jack gab häufig nach, um den Frieden zu wahren. Diese Kompromisse wurden zu einem Muster in ihrer Ehe, führten zu Ereignissen, die später Jacks Leben verändern würden. Er lebte in einer kleinen Einheit, ein 16x60-Ted-Raum, der seine Grundbedürfnisse erfüllte, Ein Beigerteppich bedeckte fast den ganzen Raum bis kurz vor der Küche, wo ein dekorativer Lenium bis ins Badezimmer reichte. Obwohl es eng war, war es genug für Jack, der schon lange nicht mehr wollte. Jack brauchte nicht die 3200-T-House, auf dem Jacqueline bestand. Er hatte sich anfangs gewehrt. Es waren nur die beiden und ihre 16-jährige Tochter, Daedrie, die sollte in zwei Jahren zum College ausziehen. Aber Jack gab schließlich nach und zahlte 52500 Dollar als Anzahlung von 25% an. Zwei Jahre nachdem Daedra gegangen war, verkündete Jacqueline, dass wir uns entfremdet haben. Es liegt nicht an dir, sondern an mir. Das wird uns helfen, wieder zueinander zu finden, da sie sich einen 32-jährigen Liebhaber genommen hatte. Jack war verblüfft über ihre Begründung, Aber ausnahmsweise gab er nicht nach. »Du wirst mit nichts dastehen«, schrie sie mit ihrem sonst so schönen Gesicht, vor Wut verzerrt, als er ihr sagte, dass er ausziehen würde. »Na gut, wenigstens bleibe ich nicht mit einer alten, runzligen Betrügerin hängen«, antwortete er und beendete seine Sachen. Millers Electronics hatte ihm die Überwachungsausrüstung verkauft, und es war nicht schwer, sich in dem großen Haus zu verstecken, da Jacqueline weder viel Wert auf Haushaltsführung noch auf Details legte. Jack fand heraus, dass ihr Liebhaber Lehrer an der Baylor Lake High School war. Brian unterlichtete Englisch und Jacqueline war die Bibliothekarin. Sie planten eine Affäre, wobei Brian zu seiner Frau zurückkehrte und Jacqueline zu Jack. Aber Jack war nicht leichtsinnig. Er würde Hauptbuchhalter werden bei St. Elizabeths Utilities, wegen seiner Genauigkeit wie vereinbart. Brian und Jacqueline gingen zu Sweet Peas, um gebratenen Wells zu essen, wo sie unerwartet und nervös Bryans Eltern trafen. Brian stellte Jacqueline als Kollegin vor, also wo ist Michelle, seine Mutter? fragte scharf Shaq zu Hause bei den Kindern. Brian stammelte. »Ja, sie hat es uns erzählt. Sein Vater sagte unbeeindruckt. Sagte, du hattest heute eine Art Treffen in der Schule.« »Äh, ja, aber wir hatten eine Pause und beschlossen, zusammen zu Abend zu essen.« Brian antwortete verlegen, meh seine Eltern, reagierten deutlich skeptisch. Nach einem verlegenen Essen ging das Paar in die Foxtrotz Lounge, um zu tanzen. Jacqueline liebte das Tanzen, anders als Jack, der unbeholfen auf dem Boden lag. Während sie dort waren, sahen sie Jacquelines Mutter und Stiefvater. »Dein Mann hat Roger ein paar hundert Dollar bezahlt.« »Damit er mich zum Tanzen und für Getränke herbringt, ihre Mutter lachte und sah dann Brianna.« »Aber was machst du hier, also Jack tanzt?« »Nicht wirklich gern Jack murmelte.« »Komm schon, Monique, sie spielen unser Lied.« »Roger unterbrach ihn, es ist nicht unser Lied.« »Du alte Nar, Monique«, kicherte und ließ sich von ihm zurück auf die Tanzfläche ziehen.« Jacken war entschlossen, ihre Affäre am Laufen zu halten, und sei es nur, um Jack zu beweisen, dass er ihren Abend nicht verderben konnte. Brian hat nichts gegen Abendessen und Tanzen, waren nur Schritte auf dem Weg zu seinem Ziel. »Schönes Haus, Brian«, sagte beeindruckt, »Talzi am South Shore Baylor Lake.« »Einkommen danke Jacqueline«, antwortete, »Teal, sie her einkam.« »Hallo, Brian«, sagte, »Michelle sitzt auf dem Sofa. Was zum Teufel machst du hier?« »Brian«, schrief »Astig, da ich zeige deiner Frau und deinen Töchtern, wo du wohnst«, Jack sagte. »Harvard kommt mit einer Kiste herein. Hallo, Jacin, hol nur noch ein paar Sachen ab, ich habe dir schon erzählt.« Michelle flüsterte wütend, nachdem Stacy fertig war, stand sie aufweichte Brian und stürmte hinaus. Jack lächelte und sagte, sie taus als hätte Tira. Leville zu besprechen fügte er hin zu übrigens Duschul des Danny's 12 Dollar fürs Babysitten und zeigte auf die Nachbar, in die mit den Mädchen im Pool spielte. Anging Jacqueline wollte unbedingt weder das Haus die Möbel im Wert von 77.000 Dollar »Noch ihren neuen Mercedes verlieren, der noch drei Jahre abbezahlt werden musste, sie bat Jack um Vergebung, da sie wusste, dass sie kam mit ihrem Gehalt allein, nicht über die Runden, sie fiel fast in Ohnmacht als ihr Anwalt ihr sagtest, ihm müsse die Hälfte von Dears College Kosten übernehmen, als Jack mir ihre Mutter Monique fragte, ob sie einziehen könne. Monique lachte verlegen. »Liebling, es ist deine Zweizimmerwohnung.« Roger fügte hinzu, »Monique seufzte dein Vater, wer wer so enttäuscht hat nannte Jacke, in mal eine Schlange. Im Gras aber hätte nicht falscher liegen können, währenddessen rief Jacqueline seltenster Sohn. »Jack an Papama will hierbleiben, wenn du ein Zimmer hast, lass.« »Sieben.« Jörg sagte, »Ich will einfach keinen Ärger.« »Jörg gab zu Sohn, sie hat dich großgezogen, wenn du einen Platz hast, gib ihn ihr Jörg,« antwortete, »hab dich lieb, Papa.« J.J. sagte, Michelle Melanson blieb ihrem Wort treu, sie vergab Brian seine versuchte Affären, ihr konnte nicht von der Hälfte seines Gehalts leben. Brian zog wieder bei seinen Eltern ein, zumindest möglich diese Vereinbarung, einen Eltern mehr Zeit mit ihren EnkelInnen, Amelia und Amanda zu verbringen, als Michelle Barry zur Welt brachte. Melona benannt nach ihrem Vater, sie konnten ihn auch oft sehen. »Barry.« »Ich dachte, wird aufhören nach mir, Brian, beschwerte sich, wir waren, Michelle schnappte. Aber du hast dafür gesorgt, dass es kein Wir mehr gibt.« Jack sah seine Wohnung zunächst als vorübergehend an, merkte aber bald, dass er den einfacheren Lebensstil genoss, kein Rasenmähen mehr, Laub aufsammeln oder den Pool pflegen, er vermisst es nicht, Maler arbeiten, Teppich ersetzen oder die Garage aufräumen in seinem Schrankwaren, seine Anzüge, Hemden, Krawattenschuhe und Jacken ordentlich verstaut, während er eine kleine Schublade perfekt zu seinen Jeans, Socken und Hemden passte Jacksmöbelwaren, minimal ein Lieblingsstuhl, zwei Bücherregale, ein kleiner Tisch, zwei Esszimmerstühle und ein Better besaß keinen Fernseher aber. Dachte, er könnte sich bei Bedarf Sendungen auf seinem Computer ansehen, wenn er die Saints sehen wollte, ging er in die Red SPS Sports Bar, die einen 61-Zoll-Fernseher-kaltes Bier und tolle Wingschette, erlte auch Kochen, etwas worüber sich Jacqueline immer beschwerte, aber mit der Alternative von endlosen Tiefkühlgerichten verbesserte, Jack seine Kochkünste eines Abends auf der Heimfahrt mit einem neuen Rezept für gebackenes Huhnen. Kopf, Jack bemerkte ein buntes Gebäude, an dem er aus irgendeinem Grund täglich vorbei fuhr, dieses Mal schaute er hinein. Und sah Paare, ein Stanzschule, tanzen als er durch das Fenster, schaute ein das Hupen der Kateressien in die Realität zurückerfuhr, auf den Parkplatz und sah weiterzu, wie eine lächelnde junge Frau da klasse Tanzschritte vorführte. Obwohl Jack die Musik nicht hören konnte, das zusehende Tänzerner füllte seinen Kopf mit einer Melodie als die Klasse zu Ende, war plauderten einige Paare, während andere gegen ihn Jack traf seine Entscheidung und stieg aus seinem Auto hallo. Kann ich dir helfen? fragte der junge Lehrer lächelnd und trat von einem älteren Paar weg. Ja, ich meine, ich bin kein Paar, aber du bringst auch Solo-Tänzern bei, richtig. Ihnen zuzuschauen war so schön, stammelte Jack unsicher. Warum er überhaupt da war? Koi lächelte herzlich und nahm seine nervösen Hände. Es ist dein Glückstagsakt, er sie zuversichtlich okay, antwortete Jack, fühlte sich immer noch nicht besonders glücklich. Lass uns sehen, was wir tun können, sagt und führt Hein zum Schalter. Jack meldete sich für ihr Zwerve-Programm an und plante seine Erstklasse für Mittwoch um 18 nun. Ich stelle dir deine Tanzpartnerin vor, sagte sie und gab ihm seine Quittung, na, wie leicht ist der Ute mein Glückstag. Jack lächelte an diesem Abend, während er das Abendessen zubereitete. Jack konnte nicht aufhören, die Musik zu summen, die er sich vorstellte. Während er den Tänzern zusah, er dachte zurück, wie er Jacqueline Adams an der Cabrini High School kennengelernt, hat ihre Familie Varga, Ade von Steppingstone, Louisiana, hergezogen, weil ihr Warte bei Mattress Factory, als Bagg arbeitete. Jacqueline war attraktiv, fiel aber unter den anderen Mädchen an der Cabrini nicht besonders auf. Jack fiel auch nicht auf. Er war nicht gut aussehend. Rich war sportlich oder künstlerisch, er konnte nicht einmal tanzen. Aber er war klug, nachdem er an der Cabrini meist übersehen wurde. Jacqueline war begeistert, als Jack sie leise zum Abendessen im Schattengarten einlud. Ihr Vater hatte Jack als Schlange im Gras abgetan. Aber das ließ sie ihn nur noch mehr mögen, als der Herbstball näher rückte. Jacqueline wartete sehnsüchtig auf Jacks Einladung. Als er nicht fragte, stellte sie ihn schließlich zur Rede. Ich kann nicht tanzen, gestand er und ging stattdessen mit Joe Manzella. Plötzlich wurden Jacqueline und Joe ein Paar. Jack war etwas enttäuscht, sogar verletzt, aber er blieb pragmatisch. Sie waren 18 und konnten ausgehen, mit wem sie wollten. In ein paar Monaten würde er an der University of Southwest Louisiana sein und Jacqueline würde ebenfalls weiterziehen. Sie würden sich wahrscheinlich nie wiedersehen. Aber Joe Manzellas selbstgefällige Haltung begann Jack zu nerven. Hey, Hebert, wie läuft's? Joe spottete. Gut, Manzella, wie geht's Gina? Jack antwortete und bezog sich auf Joes Schwester, die einen schlechten Ruf hatte. Joe muskulös, aber impulsiv schlug nach Jack der Auswisch, woraufhin Joe stattdessen gegen eine Wand aus Schlackenblöcken schlug. Autsch, das muss wehtun. Jack lachte, als Joe auf seine geschwollene Hand starrte. Jacqueline versuchte, mit anderen Jungs auszugehen, um Jack eifersüchtig zu machen. Aber schließlich gab sie auf. Sie verpasste sowohl den Winter als auch den Frühlingsball, weil Jack nicht tanzen konnte. Aber jetzt 29 Jahre später, in Wohnung 2B, war Jack bereit zu erfahren, dass es Mittwoch war und Jack trug seine burgunderfarbenen Schuhe, einen braunen Anzug, ein hellblaues Hemd und eine passende Krawatte. Die Schuhe waren seine bequemsten. Ich dachte, es wäre Mittwoch. Jill, eine Personalassistentin, kommentierte, als Jack vorbeiging. Es ist Jack, antwortete. Aber Mittwoch ist dunkelblauer Tag. Sie neckte ihn und bemerkte, dass er seine übliche Kleidung nicht mehr trug. Jack lächelte. Ich ändere die Dinge. Jacks ungewöhnlicher Anzug sorgte für Gespräche im Büro und dass er 20 Minuten früher ging, sorgte für noch. Gespräche im Büro und dass er 20 Minuten früher ging, sorgte für noch mehr Aufregung. Er ging zu Tommys Po'boy neben der Tanzschule und bestellte fast seinen üblichen Schinken und Käse, ohne Lehtun dazu, eine große Garnele, scharfe Soße. Bitte. Jack beschloss, dass ihm sein Sandwich gefiel zur Hauf die Uhr und betrat dann das Tanzstudio nervös in Mitten des Paares. Stoll, du bist hier, lief Kühe, als sie sah, wie Jack, Michelle, Marcel, deine Tanzpartner. Ihn traf das letzte Mal, als Jack, Michelle, sah, war sie ihr machten Monatsschwangere. Er erinnerte sich Hansi als eine hübsche, mollige junge Frau. Mit zwei entzippenden kleinen Mädchen, ihr Gesicht war abwechselnd, fleckig von Tränen und rot vor Wut. Michelle war eine Füft und wahrscheinlich wo geht, wo alles sehr widerstand, alles in Erschienung zu sein, ihr Gesicht, Nase, Augen und dir. Gesamtes Erscheinungsbild, die Blasen sagte, Jack ohne nachzudenken und Michelle brach in Gelächter. Aus, warum nennst du mich das, fragte sie belustigt, ich weiß nicht. Jack gab zu erwürtend, als andere Paare sie ansahen. Es schoss mir einfach in den Sinne erfuhr, dass sie ihre Eltern zwölf Wochen Tanzunterricht bezahlt. Hatte nur mir eine Pause zu gönnen, bei ihrer ersten Stunde waren keine männlichen Partner verfügbar. Also sah sie zu, da schrieb Kai. Jack eine SMS und bat ihn mitzumachen. Am Ende der ersten Stunde schwitzte Jack zu gauf halbem Weg seine Jacke aus und Michelle griff nach oben, um seine Krawatte zu lockern und seinen Hemdkragen aufzuknöpfen, gibt es das nicht besser, fragte sie, während sie den Boxstep fortsetzten. Entspann dich, Jack. Lass dich von der Musik leiten. Kai ermutigte nach der Stunde. Michelle hielt seine Hand, kommst du nächste Woche, ich hatte so viel Spaß, sagte sie, toll und Spaß beim Tanzen mit einem alten Mann. Jack scherzte und hob seine Jacke auf. Du bist nicht alt, sie antwortete. Ich bin doppelt so alt wie du. Er konterte. Trotzdem werde ich hier sein. Sie lächelte. Jack erwürtete. Als er versuchte, ihre warmen, braunen Augen, als sie hinausging, drehte sie sich an der Tür noch einmal um und lächelte ihn wieder an. Hattest du Spaß? fragte Calway. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin schrecklich darüber. Ich hatte Spaß. Jack gab zu. Erstens bist du nicht schrecklich. Du fängst gerade erst an, sagte Calway. und zweitens macht Tanzen Spaß. Konzentriere dich darauf, der Rest kommt von selbst. Ich hätte es nicht besser sagen können. Jack stimmte zu. Am nächsten Morgen griff Jack nach seinem Donnerstagsanzug, entschied sich aber stattdessen wieder seinen Mittwochsanzug anzuziehen. Jetzt bin ich völlig verloren, scherzte Jill. Als er vorbeiging, lächelte Jack nur, sein Telefon summte und als er sah, dass es JJ war, antwortete er. Papa. Hast du eine Minute? fragte JJ zögernd. Mach dich deine Mom verrückt. Jack riet mir. Ja. Hast du das mit der Schule gehört? Lass sie gehen. JJ antwortete. Nein. War sie nicht. Lass sie gehen. Jack seufzte. Ja. Und Brian machte auch mit ihr Schluss. JJ fügte hinzu. Wow. Hat sie gesagt, warum? Jack fragte. Nein. Sie wollte nicht darüber reden. JJ sagte eine bekannte Phrase, die Jacqueline benutzte, wenn sie in die Enge getrieben wurde und mit Schauna, das Baby kommt bald. JJ fuhr fort. Okay. Ich rede mit ihr. Jack stimmte zu. Sie trafen sich in Jade Gardens. Jack konnte nicht anders, als traurig zu lächeln. Jacqueline dachte eindeutig, es sei ein Date. Sie trug schwere, geschminkt und Diener in das Kleid gezwängt, das unvorteilhaft aussah, vor einem Jahr wäre. Vielleicht aufgeregt gewesen, aber heute wirkt es schäbig, du siehst hübsch aus, sagte er und nahm Platz, danke, als das ein neuer Anzug fragte. Jack. Jamir wurde klar, dass ich berechenbar war, also habe ich alleine alten Anzüge gespendet und neue gekauft. Jack lächelte, muss nett sein, murmelte Jacqueline Jastis. Jack antwortete freundlich, als die Kellnerin kam. Jack sagt, ich weiß genau, was du bestellen wirst, aber ich wette, du kannst meines nicht. Erraten, Jacqueline versuchte, sich zu erinnern konnte, es aber nicht bereit zu bestellen. Fragte die Kellnerin nochmal, sie nimmt Frühlingsrollen und süßsaures Schweinefleisch. Jack sagte richtig, Jacqueline bestätigte, und ich nehme Eistee, süßsaures Kumpi-Hühnchen und gebratenen Reis. Jack fügte hinzu, also wie geht es dir, Jacqueline fragte, gut funktioniert, gut, ich habe eine kleine Junggesellenbude, habe dir gerade von meinen neuen Anzügen erzählt, sie sind teurer geworden, seit wir sie das letzte Mal gekauft haben. Rond ist schwanger, also muss sie, schmierreine Aushilfe suchen, wie wär's mit dir, schenkte die Kellnerin einen Jagdtrank süßen Tee, während der Jacqueline zuhörte, wie sie sich darüber beschwerte, ihren Job verloren zu haben, wie sie darum kämpfte, mit JJ und Schauner zusammenzuleben und wie sehr der liebe Drey sie immer noch hasste. Penelope und Percy waren wenigstens nett, aber keiner von beiden hatte Platz für sie, schloss sie, dann such dir eine eigene Wohnung, du bist erwachsen, sagte Jack, als ihr Essen ankam. Mit meinem Blick schnappte Jacken, ich habe dir gesagt, dass ich meinen Job verloren habe, also, wenn dein Aussehen nicht hilft, dann versuch es mit deiner charmanten Persönlichkeit, sagte Jack. Scheiß, auf dich, Jack, erwiderte sie, ist einfach, Jack antwortete, jedes Mal, wenn ich dieses Gericht bekomme, scheint es schärfer zu sein als zuvor. Während sie Schokoladeneis für sie und Neapolitaner für ihn hatten, brachte Jacqueline die Idee einer Versöhnung auf. Nicht nur nein, sondern auf keinen Fall, sagte Jack lächelnd. Warum nicht? Sie schrie fast. Also kann ich warten, bis du mir wieder sagst, dass wir uns auseinandergelebt haben, dass es nicht um mich geht, sondern darum, dass du Spaß brauchst, nur Spaß. Richtig. Wird uns das als Paar stärker machen, fragte Jack, als er sein Eis aß, bezahlt und 15% Trinkgeld hinzugefügt. Vielleicht liegt es an den Hormonen, meinte Jacin. Ich werde älter, meine Periode ist unregelmäßig und anstatt mit Dr. Peleda über Zuleden hattest du Spaß mit einem anderen Mann, Jack antwortete und unterschrieb die Rechnung. Aber er war so verständnisvoll und du, Wittmar, beschäftigt. Sie war beschäftigt mit dem Chaos, das du ständig angerichtet hast, beschäftigt damit, unsere Tochter herumzufahren, sagte Jack ihm. Stehen, weißt du was, ich habe keine Entschuldigung gehört, du hast die Schuld auf die Hormone geschoben. Mir und Brianna, wenn ich dein einziges Mal hast du gesagt, es tut mir leid, hat gewartet. Tess tut mir leid, sagte Jacqueline schnell. Die und Shauna brauchen das Zimmer für das Baby. Jack sagt es auch dir, eine kleine Wohnung und es gibt ein Programm am Stelizabeth Courthouse, das dir bei der Arbeitssuche hilft. Nutz es später am Abend. Jacqueline kam zu. Die und Shauna nach Hause ihre Frustration kochte über und sie schrie Shauna an sie eine Hexe zu und nennen schadete ihrer Beziehung zur Familie. Danke, Daz. Ag dir verbittert. Am Telefon geht es dir gut? Jack fragte nein. Jan antwortet. Teich sagte er, wir brauchen das Zimmer für das Baby, alles was sie danach sagt oder tut es, süße Jaxäufze. Jack verursacht Aufsehen, weiß der Lisa. Beth Community Services am Freitag, als er in Kakihosen und einem Button-Down-Hemd statt in seinem üblichen Anzug auftauchte. Die größere Überraschung kam am darauf folgenden Mittwoch, als Jack um 5 für 10 ging und enge Jeans, ein blaues Hemd und Slipper trug und den Anzug über die Schulter geworfen hatte, was seine Kollegen schockierte. Und du gehst 30 Minuten zu früh. Ronda fragte erstaunt. Go Jack, Go Jack Garrett davon skandierte spielerisch in Tommys Restaurant. Jack bestellte gebratene Austern, gab aber zu, dass sein üblicher Schinken mit Käse immer noch sein Lieblingsessen war, man weiß es nie. Bis man es probiert hat, er kicherte in sich hinein. Michelle begrüßte ihn beim Tanzunterricht lächelnd und streichelte seinen Arm. Das sieht viel bequemer aus als dieser Anzug. Hi Bubbles, du siehst auch gut aus. Jack lächelte und sie lachte über den Spitznamen Jack, fühlte sich entspannter und genoss die Stunde. Als sie zu Ende war, Michelle erwähnte, dass sie zurück zu ihren Kindern ging. Barry muss hungrig sein, sagte sie. Barry, oh der kleine Kerl, Jack lächelte. Wie geht es den Kindern? Millie fragt, warum wir nicht bei Papa leben können und jetzt fängt Mandy an, sie nachzuahmen. Aber solange Barrys Windel ist trocken, er ist glücklich. Michelle gab zu bis nächsten Mittwoch Bubbles. Jack grinste. Ich werde einen Spitznamen für dich finden. Michelle neckte, kann es kaum erwarten. Jack scherzte als nächstes, Percy rief Jack an und beschwerte sich über Jacin. Papa, bitte tut was, sie ist seit zwei Tagen hier und Edison ist kurz davor durchzudrehen. Was bin ich Vollstrecker Jackste also Jacin anrief, um mir zu sagen, sie solle Perseys Wohnung verlassen, sie wiederholte die Aussage, ich kann mir keine eigene Wohnung, leisten sie, murmelte. Jacken, wir haben das Haus verkauft, wir haben jeder 42.000 Dollar. Wo ist das Geld? fragte Jack, sie wich der Frage aus und flehte um Versöhnung, weißt du noch, was du gesagt hast, halt sich vorgeschlagen habe, zum Katzenklo zu gehen, fragte Jack, du sagtest, warum sich die Mühe machen. Also, Jacqueline, warum sich die Mühe machen? Jetzt, Penelope hat ihrer Mutter bereits klargemacht, dass es in ihrer Wohnung keinen Platz für Sieg, aber außer Mama, du hast. Hunde fügte Penelope hinzu, während ihre beiden Irish Wolfhounds, Samson und Dillilom. Aufmerksamkeit, winselten, was ihren Standpunkt bekräftigte, als Jack mit seinem Anzug über der Schulter an. Gilles Schreibtisch vorbeiging, fragte sie, wo gehst du, Jack lachte. Ich frage dich nicht jedes Mal, wohin du gehst, wenn du gehst, neckte sie ihn ja, aber du lächelst auch nicht jedes Mal so, fügte sie wissend hinzu. Jack wusste, wenn er es Jill erzählte, würde das ganze Büro am Morgen Bescheid wissen. Alle wussten bereits über seine Scheidung Bescheid. Frauen trösteten ihn und nannten Jacqueline eine Hexe, während Männer ihm entweder schweigend auf die Schulter klopften oder ihm aus dem Weg gingen. Okay, aber du darfst es niemandem erzählen, sagte Jack und senkte die Stimme. Das werde ich nicht. Jill versprach es, obwohl ihr Grinsen ihre Aufregung verriet. Jeden Mittwoch verdiene ich ein paar Dollar zusätzlich, indem ich für Kunstkurse modelle, flüsterte Jack mit einem Augenzwinkern. Du, was Jill fragte, schockiert. Ja, an der University of Louisiana, 100 Dollar, um dort ausgezogen zu stehen. Das erste Mal war ich so verlegen. Ein Mädchen scherzte, ihr ging die rote Farbe aus beim Versuch, meine Erröten zu überdecken. Scherzte Jack Jill, brach in Gelächter aus und Jack schaffte es bis zu seinem Auto, bevor er mitmachte. Er kicherte immer noch, als er bei Keys Tanzstudio ankam. Was ist so lustig? Verbrachte einige Zeit damit, mit mir über meinen Zeitplan zu sprechen, wie ich es schaffte, Arbeit und Elternschaft unter einen Hut zu bringen und wie es seit der Trennung gelaufen war. Ich beantwortete jede Frage so ehrlich wie möglich und versuchte, ihr zu zeigen, dass ich ein stabiler, fähiger Vater war. Dann bat sie darum, mit Lily zu sprechen. Ich hatte Lily darauf vorbereitet, indem ich ihr erklärte, dass eine Dame vorbeikommen und ihr einige Fragen über die Schule und zu Hause stellen würde. Aber trotzdem machte ich mir Sorgen. Was, wenn Lauren irgendwie an sie herangekommen war? Was, wenn sie Zweifel in Lillys Kopf gesät hatte? Ich saß auf der Kante meines Sitzes, während Karen im anderen Zimmer mit Lily sprach. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Aber schließlich kam sie zurück und Karen lächelte mich warm an. »Lily scheint ein sehr glückliches, ausgeglichenes Kind zu sein«, sagte sie. »Es ist klar, dass sie sich hier sicher und geliebt fühlt.« Ich ließ sie raus. Ich hatte den Atem angehalten. Ich wusste nicht, dass ich ihn angehalten hatte. »Danke. Wir werden natürlich mit Lauren weiter machen. Aber nach dem, was ich heute hier gesehen habe, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Als Karen ging, fiel ich auf die Couch und fühlte mich, als hätte ich gerade einen Marathon gelaufen. Es war noch nicht vorbei. Aber ich hatte die erste Hürde überstanden. Jetzt lag es am Jugendamt, seine Ermittlungen durchzuführen und festzustellen, dass Laurens Anschuldigungen nichts als Lügen waren. Die nächsten Wochen vergingen wie im Flug mit Besprechungen, Gerichtsterminen und Rechtsstrategien. Paul machte Überstunden, um uns über Laurens neueste Schritte auf dem Laufenden zu halten. Aber es fühlte sich an, als ob sie jedes Mal, wenn wir Fortschritte machten, einen neuen Weg fand. Uns Sand in die Augen zu streuen. Eines Abends, als ich gerade ein paar Unterlagen durchging, bekam ich eine SMS von Jake. Jake, Sarah, versucht jetzt auch, belastendes Material über mich auszugraben, sagt, sie hat Zeugen für das Gerichtsverfahren gegen mich aufgestellt. Lauren macht dasselbe. Das Jugendamt ist gerade vorbeigekommen. Sie versucht, sie zu benutzen, um zu sagen, ich sei nicht als Elternteil für Jake geeignet. Unglaublich. Das Gerät außer Kontrolle. Wie lange, glauben Sie, können Sie das noch durchhalten? Ich, solange Sie denken, dass Sie gewinnen. Aber wir haben die Wahrheit auf unserer Seite, Jake. Ja, wir müssen einfach durchhalten. Als die Wochen sich hinzogen, fühlte ich die Last des Kampfes auf mir lasten. Jedes Mal, wenn ich dachte, wir, Richard grinsend, nein, ich ignoriere es einfach und du, Michelle schoss zurück. Hi, ich bin Jack. Begann, aber Richard unterbrach Jonathan. Arshal, Hebert Senior, ich habe dein Autokennzeichen überprüft. Wirklich, kann ich mir kein Malt holen, ohne, dass du mir nachspionierst, stöhnte Michelle. Richard kniff ihr spielerisch die Nase, nicht nach Brian, sagte er und nickte Jack zu. Ich habe es allen gesagt. Jack geht es gut, fügte er hinzu und ging zurück zu seinem Cruiser. Ich hasse dich, schrie Michelle ihm hinterher. Hab dich auch lieb, bring ihn am Sonntag her, rief Richard lachend, als er losfuhr. Jack kischerte über die Szene. Entschuldige das alles, sagte Michelle und schüttelte den Kopf. Was für ein komisches erstes Date. Hm, ehrlich, ich finde es großartig, sagte Jack und brachte sie zum Lächeln. Und jetzt weiß ich, wie ich dich nennen soll. Arschabald. Michelle neckte ihn. Oh nein, bitte nicht. Jack wurde rot. Es ist perfekt, lachte sie, obwohl ihr Telefon noch ein paar Mal summte. Michelle ignorierte es, als sie ihr Eis aufaßen. Als sie wieder bei Kies Tanzschule neben Jack Smart ankamen, plauderten sie leise weiter und genossen die Gesellschaft, spürte Jacks wachsende Nervosität. Michelle fragte Arschi schließlich, versuchst du mich zu küssen? Ja, gab er schüchtern zu, sie zog ihm näher und küsste ihn. Gib mir deine Nummer, sagte sie lächelnd, du kommst zum Sonntagsessen vorbei. Keine Ausreden. 31 Nachrichten, murmelte sie und sah auf ihr Telefon. Wirklich, fragte Jack überrascht, nach einem weiteren Kuss. Jack winkte zum Abschied und fuhr los und überließ Michelle die Arbeit mit der Nachrichtenflut am nächsten Morgen bei der Arbeit. Whitney an der Rezeption errötete, als Jack vorbeiging, andere Frauen im Büro erröteten, wichen seinen Blick aus oder kicherten, während Garrett ihm einen Daumen hoch zeigte. Jack erinnerte sich endlich an seinen Witz mit Jill und lachte laut. Du hast es niemandem erzählt, oder Jack fragte Jill im Pausenraum, natürlich nicht, antwortete sie, obwohl ihr schuldbewusstes Lächeln sie verriet. Jack schüttelte nur den Kopf. Immer noch bester Laune. Der Sonntag kam und er kleidete sich Läger in einem Saints-Pullover und Kaki-Hosen zum Abendessen bei. Bei Michelle fragte Millie und zog an seiner Hand, ich wohne dort nicht mehr, erklärte Jack sanft, aber dann fiel ihm ein, dass seine Wohnung einen Pool hatte. Aber meine Wohnung hat einen Pool, können wir dort schwimmen? Mandy fragte aufgeregt, es macht mir nichts aus. Jack sagte und sah Michelle an, bist du sicher, dass du diesen Körper im Badeanzug sehen willst? Michelle neckte ihn absolut. Jack antwortete und brachte sie zum Lachen während des Abendessens. Jack fühlte sich zunehmend von Michelles Familie bezaubert. Er genoss es, mit Barry und Richard über Sport zu reden und fühlte sich von allen willkommen, geheißen. Er saugte die Wärme und Leichtigkeit, auf die er so lange vermisst hatte, als das Gespräch auf Football wechselte. Jack war in seiner Komfortzone, ich schaue mir normalerweise Saintspiel in der Red Sports Bar an sie, haben die schärfsten Wingsmen, spürt nicht mal seine Zungen, nachdem man sie gegessen hat, haben sie diese Wingsberry-Fragte fasziniert. Ja, ja, und Richards Akten im Grund halten einen Grinsen. Jack genoss die Dynamik der Familie Lively. Niemann schien einen Altersunterschied zwischen ihm und Michelle zu stören und er fühlte sich zunehmend wohler mit ihrer Familie, das Abendessen war er in klassisches Südstaaten-Essen, Reissauce, geschmortes Steak und Kekse. Jack und Barry greifen beide gleichzeitig nach dem letzten Keks, was zu verspieltes Geplänkel, er riss unser Gast, die ihm den Keks bestellte Marie-Klopf, die mit einem Löffel auf Barrys Hand aber ich brauche ein, Barry scherzte und tätschelte seinen Bauch, ich könnte verkümmern, Niemann Jack lachten ein, du brauchst ihn mehr. Barry lächelte und schob Jack den Keks zu nach dem Abendessen. Jack verabschiedete sich von Michelles Familie, wobei Milieu und Mandy enthusiastisch zum Abschied winkten. Jack versprach, sie bald wiederzusehen, muss ich so lange warten, fragte Michelle und lächelte herzlich. Wir könnten nebeneinander gehen und dann Foxtrot, wir haben genug geübt oder nicht, schlug Jack mit einem Grinsen vor nebeneinander, neckte Marie, hob die Augenbrauen, warum bringst du mich nicht dorthin? Marie stupste Barry spielerisch an, weil ich geizig bin. Barry lachte und wir nehmen den Van. Ja, ich steige nicht in dieses kleine Ding. Das du Auto nennst, neckte Michelle und rümpfte die Nase über Jacks Smart, wovon redest du? Es ist ein Mercedes-Benz, Jack scherzte. Es ist kein Mercedes. Michelle grinste. Ja, es ist von Mercedes. Jack grinste, sie umarmten und küßten sich und ließen sich Zeit, trotz der belustigten Blicke ihrer Familie. Jack versprach, sie um 18.30 abzuholen und ließ sie beide gespannt auf das sein, was am nächsten Abend passieren würde. Jack war erstaunt, wie leicht er in den Dialekt seiner Jugend zurückfiel. Die Eltern seiner Mutter sprachen kaum Englisch, hauptsächlich Cajun-Französisch. Die Eltern seines Vaters sprachen Englisch mit starkem Akzent, wechselten aber zu Cajun und Französisch, wenn sie verärgert waren. Familienessen waren oft eine Mischung aus Englisch und Cajun-Französisch. Wenn Henry Jonathan Hebert und Eliza Cynthia Arno Habert Dinge vor ihren Kindern geheim halten wollten, sprachen sie in K und Französisch, ohne zu merken, dass ihre drei Jungs alles verstanden. Als er auf der Highschool und im College war, hatte Jack allmählich seinen Akzent verloren. Als Administrator bei St. Elizabeth's Community Services hatte er versucht, deutlich zu sprechen und den Cajun Sing-Sang zu vermeiden, obwohl er ihn nie ganz verließ. Aber nach diesem Abendessen fühlte er eine nostalgische Anziehungskraft. Jack beschloss, Michelle ging am nächsten Abend zu einem romantischen Abendessen aus. Er ging online, fand die Nummer des Side-by-Side Steakhouse und hinterließ eine Nachricht mit der Bitte um einen Tisch für zwei Personen um 6.45 Uhr für den folgenden Abend. Nicht einmal ein Anruf von Jacin konnte seine Laune verderben. Hey Jack, ich bin's, schnurrte sie am Telefon. Ja, ich sehe, Jack antwortete in neutralem Ton. Jacin machte sich immer über seinen chinesischen Akzent lustig, wenn seine Eltern nicht da waren. Sie machte sich auch über ihr Essen lustig und nannte es ungesund. Weißt du was? Fett ist kein Essen, sagte sie angewidert. Also, wie läuft's? fragte sie mit zuckersüßer Stimme. Weißt du was? Ja, gut. Jack unterbrach sie und gab ihr keine Chance, ihn zu verwirren. Brummelte er vor sich hin. Also, ich habe es endlich geschafft, ich habe mir eine kleine Wohnung genommen, verkündete Jacqueline und tat so, als wäre es eine große Leistung. Das ist schön zu hören. Jack sagte, vielleicht möchtest du vorbeikommen. Jacin schlug vor, seinen falschen Charme spielen zu lassen. Ich mache die gefüllten Paprikaschoten, die du früher geliebt hast. Jacqueline, das glaube ich nicht, sagte Jack unverblümt. Jacquelines falsche Fröhlichkeit schnell verschwand und wurde durch ihr übliches Selbstmitleid ersetzt. Sie fing an zu jammern, dass keines ihrer Kinder mehr mit ihr reden wollte, nicht einmal Dara, mein Baby hat mich im Stich gelassen. Können Sie das glauben, weinte sie. Also, morgen bin ich beschäftigt. Jack sagte, er wollte das Gespräch unbedingt beenden. Wie wäre es mit Mittwoch? Jacqueline bot schnell an, ihre Tränen trockneten genauso schnell wieder. Nein, ich habe auch für Mittwoch etwas vor. Jack antwortete, was machst du Jack, blaffte Jacqueline. Jack erzählte ihr eine Variante von dem, was er Jill bei der Arbeit erzählt hatte. Ich besuche einen Kurs an der Uni. Du weißt schon, ich lerne nur etwas, sagte er, das sei nicht ganz unwahr. Er lerne nur nicht, was Jacqueline denke. Was ist mit Dienstag, drängte Jacin. Ja, okay. Jack stimmte schließlich zu und unterbrach das Gespräch. Am Montagmorgen um 10.30 lief ein Mädchen namens Lacey vom Side-by-Side Steakhouse an, um seine Reservierung für zwei Personen zu bestätigen. Wir freuen uns darauf, sie zu sehen, Mister. Hebert sagte sie fröhlich. Nicht so sehr, wie ich mich darauf freue. Jack scherzte und brachte Lacey zum Lachen. Michelle lachte auch, als Jack anrief, um sie an ihr Date am Abend zu erinnern. Als ob ich an etwas anderes denken würde, neckte sie sie und beendete das Gespräch. Der Anruf mit einem süßen Hab dich lieb Jack war überrascht, wie natürlich Michelle mit Zuneigung umging. Jacqueline hatte Hab dich lieb erst gesagt, als sie schon fast ein Jahr zusammen waren. Und selbst dann war es eine Antwort auf seine Liebeserklärung an Michelle. Es fühlte sich leicht an und sie gab ihm sogar süße Spitznamen. Etwas, was Jacqueline nie tat. Das einzige Mal, dass Jacqueline ihn Liebling oder Baby nannte, war, wenn sie etwas brauchte. Um 18.30 Uhr am Dienstagabend kam Jack bei Michelle an, um sie für ihr Dad abzuholen. Er begrüßte Michelles ganze Familie. Ihre Eltern, Geschwister, Nichten, Neffen und ihre beiden kleinen Mädchen. Millie und Mandy. Wie üblich, strahlte Millie und Mandy war gleich hinter ihr und kicherte und fragte, ob sie auch mitkommen könne. Michelle kam in einem Kleid heraus, das ein bisschen eng war, aber es schmiegte sich auf eine Art an sie, die sie umwerfend aussehen ließ. Jack konnte erkennen, dass es wahrscheinlich ihr schönstes Kleid war gekauft, bevor sie Amelia hatte. Verdammte Seifenblasen! Ich muss nach Hause gehen und mich schick machen. Jack scherzte, obwohl er bereits einen schicken schwarzen Nadelstreifenanzug mit einem weißen Hemd und einer roten Krawatte trug. Was? Du siehst toll aus, Michelle antwortete, aber ihr Erwürden zeigte wie geschmeichelt, sie war ja aber nicht so toll wie du es sagte, Jack, und ließ sie noch mehr Erwürden, Michelles Eltern, bemerkte in den Austausch, warum sagst du nicht so etwas zu mir, Marine, äckte Barry, weil ich es die ganze Zeit sagen müsste, Barry lachtisch, schau ich habe es gerade noch mal gesagt, du Lügner Marie, scherzte und Gabi meinen verspielten Kuss bevor sie ging hin. Michelles Bruder wegbot ihnen scherzhaft deine Polizei-Escorte, ahn ich werde dafür sorgen, dass sie alle eine Polizei-Escorte, bekommt neckt er und Michelle verdrehte die Augen, wenn du das tust, werde ich dich bestrafen. Sie lachte und warf ihm einen Blick zu, als sie beim Side-by-Side-Steakhouse kamen. Michelle war sichtlich beeindruckt, sie wäre irgendwo so schick gewesen. Brian hatte sie noch nie irgendwo schicker hingebracht, als ins Casa Olay, in lokales mexikanisches Lokal. Wow, Michelle flüsterte und sah sich in dem eleganten Restaurant um die Speisekarte, but nicht zeige keine Preise, was sie noch nervöser machte. Keine Preise, das ist nie gut, murmelte sie Jack, beugte sich vor und nahm ihre Hand. Mach dir keine Sorgen. Bubbles, das bedeutet nur, dass du dir keinen Stress darüber machen musst, was du bestellen sollst, sagte er beruhigend. Hol dir, was du willst. Sie lächelte, ihre Anspannung ließ nach, ihre warmen, braunen Augen funkelten, als sie zusammensaßen, wann immer wir zusammen sind, kriegst du immer, was du willst. Jack fügte aufrichtig hinzu und sah, ihm in die Augen Michelle spürte, wie ihr Herz einen Schlag aussetzte. Sie hätte nie gedacht, dass jemand so mit ihr sprechen würde. Ich liebe dich, flüsterte sie fast, ohne nachzudenken und ihre Augen weiteten sich, überrascht, als die Worte herausrutschten. Jack lächelte sein Herz voller Freude. Ich bin so froh, dass du das gesagt hast, denn ich liebe dich auch. Wirklich, Michelle schnappte nach Luft, sichtlich gerührt von seinen Worten, das Abendessen verlief perfekt. Jacks Rebuy war genau richtig zubereitet, saftig, zart und voller Geschmack. Michelle bestellte das Filet Minan, aß aber nur die Hälfte davon, da die Portionen großzügig bemessen waren. Sie waren sich beide einig, den Nachtisch für ein anderes Mal aufzuheben. Was für einen Unterschied ein Tag macht. Nicht wahr bemerkte Jill, als Jack am Mittwoch das Büro verließ. Klasse, was? fragte Jack und hob eine Augenbraue. Gestern bist du hier weggegangen und hast nach unten geschaut und heute hast du dieses Mittwochabend lächeln im Gesicht. Jill neckte ihn und bezog sich damit eindeutig auf seine neue Routine. Jack lächelte noch breiter und ging zum Aufzug, begierig darauf, zur Kistanzschule zu kommen. Seine Wochenendpläne und das Nachglühen seines Dates mit Michelle vom Vorabend behielt er für sich. Nach dem Abendessen mit Michelle hielt Jack sein Versprechen, Jacquelines neue Wohnung zu besuchen. Sie hatte eine Zweizimmerwohnung in einem anständigen Komplex gemietet. Sie war sauber, mit weißen Wänden und beigem Teppisch, aber es fehlte ihr jedes Gefühl von zu Hause. Jacqueline machte ihren typischen Auflauf mit gefüllten Paprikaschoten und Brokkoli, der in Ordnung war, aber Jack war disinteressiert und neigte seinen Kopf, um das Essen zu segnen. Jacqueline unterbrach ihn. Ich vergifte dich nicht, Jack, du musst nicht beten, neckte sie ihn, aber Jack ignorierte sie. Das war etwas, was er immer tat und sie konnte es nicht ändern. Beim Abendessen tat Jacqueline, was sie immer tat. Sie beschwerte sich, sie murrte über die Miete, die Kosten für ihre Möbel, ihre langweilige Gerichtsarbeit und den Lärm. Nachbarn dann sprach sie, wie erwartet das Thema wieder zusammen zu kommen. Hast du mich gehört, fauchte Jacin gereizt. Jack nahm er in letzten Schluck von seinem Eistee und sah sie an, warum hast du mich betrogen, fragte, er unverblümt was zischte. Jacqueline geschockt von der plötzlichen Frage, was hat das mit irgendetwas zu tun, es hat alles damit zu tun, antwortete Jack und legte seine Serviette hin, du hast dich entschieden, mit Brienne Al zusammen zu sein, ich habe dir gesagt, das nicht tun sollst, dich habe dir gesagt, dass ich damit nicht einverstanden bin. Und? Dich gewarnt, dass es unsere Ehe ruinieren würde, aber du hast es trotzdem getan, Jacqueline. Rutschte auf ihrem Sitz hin, ja, bis vermasselt, gab sie schwach zu, ich dachten, ich dich weiß es, du dachtest, nicht, ich würde mich wehren dachtest, nicht, ich würde gehen oder mich scheiden lassen, du dachtest nicht, dass du nicht deinen Willen bekommen würdest, Jack seufzte Jacquelines, Gesichtsausdruck verhärtete sich, siehst du, du trägst genauso viel Schuld, wie ich Jack schüttelte, traue ich den Kopf, du hast dich nie entschuldigt. Jacin, ich habe dich nie sagen hören, es tut mir leid, du hab nichts. Zugegeben, es tut mir leid, platzte es aus Jacqueline heraus, obwohl es eher wie ein Reflex, als wie echtes Bedauern klang. Jack stand auf, fertig mit dem Gespräch, du bist noch nicht fertig, hatte Jacqueline angefangen, aber Jack unterbrach sie, oh, ich bin fertig, sagte er bestimmt und ging zur Tür. Ruf mich nicht wieder an, wir sind fertig, nachdem er Jacquelines Wohnung verlassen hatte, ging Jack bei Clarks vorbei, um sich einen Chili Cheeseburger mit Vanillemalz zu holen. Die Kellnerin bemerkte sein kleines Auto und meinte, ich hätte Angst, das Ding zu fahren. Ja, aber es verbraucht 42 Meter pro Gallone, antwortete Jack mit einem Grinsen und genoss sichtlich die Zweckmäßigkeit seines Smart-Autos. Später am Abend wieder in seiner Wohnung schrieben sich Jack und Michelle bis fast 13 Uhr SMS. Ihre Unterhaltung war leicht und verspielt, und Michelle beendete sie mit einem süßen Gute Nacht, oh, gefolgt von einem Kuss Emoji. Liebe dich, fügte sie hinzu Gute Nacht. Jack schrieb zurück, liebe dich mehr, ich weiß Schelle, antwortete spielerisch und fügt ein Zungenstreckt Emoji, hinzu kicherte und starrte auf den Bildschirm. Jetzt war schon wieder Mittwoch und Jack freute sich auf seine Tanzstunde mit Michelle, er schaute bei Reds Sportsbar. Vorbei für seinen üblichen Schinken-Käse-Poi mit Oliven-Dressing und voll scharfer Soße bevor er ins. Studio ging, Michelle wartete bereits und begrüßte ihn mit ihrer üblichen Begeisterung. Hey Bubbles Jack lächelte und bewundert Teil Outfit du siehst gut aussagte Michelle, ihre Augen leuchteten vor Aufregung. Ja, aber nicht so gut wie du Jack antwortete mit einem Grinsen, als Kyle die Schritte vorschlug, sie tanzten mitzunehmender Flüssigkeit und Selbstvertrauen. Jack war nicht länger verlegen und Michelles Anwesenheit machte es einfacher, sich zu entspannen und die Musik zu genießen. Am Ende der Stunde fühlte Jack sich mutig genug, sich vorzubeugen. Und Michelle sanft zu küssen dieses Wochenende, Brian hat die Kinder, Michelles argteiler Stimme sanft und zögerlich und was denkst du, fragte Jack neugierig. Ich denke darüber nach mit dir, liebe Sue. Machen Michelle Schnurrtoin trat näher, lächelte, das hört sich gut an, er antwortete Donnerstagmorgen. Jack wachte mit einem Lächeln auf der Gedanke an das bevorstehende Wochenende. Mit Michelle hältte seine Stimmung auf, aber vorher hatte er noch ein paar Dinge zu erledigen. Eine dieser Aufgaben war in Gespräch mit Barry, Michelles Vater. Jack wollte sich erstellen, dass alles zwischen ihm klar war, besonders der für den Nachmittag ein romantisches Wochenende mit Michelle. Geplant hatte Jack saß Barry gegenüber gebeugt, trank, Kaffee und Redetee. Über das Leben Barry war, direkt Abera hatte eine Wärme, an sich die Jack respektierte, schau ich, musste ich etwas fragen. Jack begann, die Ernsthaftigkeit seiner Frage zu spüren. Michelle erzählte mir, dass ihre Hochzeit mit Brian überstürzt, war keine Flitterwochen, das passt mir nicht, ich möchte ihr etwas geben. Sie hatten ihr einen richtigen romantischen Kurzurlaub. Barry hob nachdenklich eine Augenbraue, sie hatten und ich viel Glück mit dem jungen Barry sagte ran, war nie gut genug für meine Tochter, aber ich schwieg, weil sie zuerst glücklich ich China säufte. Nickte Michelle, hättet was Besseres verdient, Jack, ich kann dir sagen, dass sie dir wichtig ist, tue. Jack sagte aufrichtig, ich möchte das richtige Fürsicht und Barry trank einen Schluck von seinem Kaffee, musste Jack, behandle sie einfach richtig. Das ist alles, worum ich bitte. Du gibst mein Wort, Jack versprach es und fühlte eine neue Entschlossenheit. Als sie sich die Hände schüttelten, das Wochenende kam schneller, als Jack erwartet hatte. Er hatte einen überraschenden romantischen Kurzurlaub in New Orleans geplant, einer Stadt voller Charme und Erinnerungen an seine Jugend. Am Freitagnachmittag verließ Jack die Arbeit, früh aufgeregt Michelle abzuholen und ihr eine Pause von all dem Stress zu gönnen, den sie mit sich herumschleppte. Es war Zeit für sie, verwöhnt zu werden, als Jack vor Michelles Haus anhielt, war er überrascht. Brian neben seinem Auto stehen zu sehen, der mit Millie und Mandys Kindersitzen kämpfte. Jacks Magen zog sich zusammen. Er wusste, dass Brian Michelles Ex war und ihn vor dem Haus zu sehen, machte ihn angespannt. Lass mich helfen. Jack bot an, schnell und sanft einzugreifen und Barry von Brian abzunehmen. Du kümmerst dich um Mandy. Brian sah unbehaglich aus. Hi, Mr. Bar. Ah, I grüßte Millie süß, als sie sich angeschnallt. Da saß, du wirst mich nicht anfassen. Oder bist du Brian? fragte nervös und sah Jack an. Jack kicherte, nein, nein, mach weiter, sagte er und sicherte Barrys Kindersitz. Brian sah erleichtert aus, als er Mandy anschnallte. Jack beugte sich vor und küsste Beidchen auf der Stirn, was sie zum Kichern bringt. Wir haben eine Minute. Wir müssen reden, sagte Jack und wandte sich an Brian. Brian war angespannt, nickte aber, was ist mit Montagnacht? Montagnacht fragte Jack verwirrt. Ja, ich mache Montagnacht nichts. Brian antwortete begierlich darauf, die Dinge zu klären. Jack und Michelle luden dann ihre Taschen in Jacks Auto und fuhren nach New Orleans. Die Fahrt dauerte etwa zwei Stunden und gab ihnen Zeit für ein angenehmes Gespräch. Sie sprachen über alles Leben, ihre Vergangenheit und Hoffnungen für die Zukunft. Michelles Lachen erfüllte das Auto, als sie Geschichten über ihre Töchter und das Leben mit Brian erzählte. Ich weiß, ich bin dick, aber Brian hat mir immer gesagt, dass ich schön bin, selbst wenn es schlecht ging. Er sagte, ich sei hübsch, sagte sie. Leise sah Jack zu ihr rüber. Du bist schön, sagte er und Michelle lächelte. Ihre braunen Augen wurden weicher, als sie herübergriff, um seine Hand zu drücken. Der Verkehr in Baton Rouge war ein typisches Chaos. Aber Jack wäre erleichtert Halsey González erreichten eine Kleinstadt gleich außerhalb von New Orleans. Das Wochenende versprach etwas Besonderes. Sie checkten in einem charmanten Boutique-Hotel in der Nähe des French Quarter. Ein und Jack hatte ihren ersten Stopp im Café Deon für Bagnese und Kaffee geplant. New Orleans hatte seine eigene Magie, die pulsierende Energie, die Musik strömte aus den Bars und der köstliche Duft von Essen erfüllte die Luft-Bourbon-Streetware in eine ganz neue Welt für. Michelle, die noch nicht viel außerhalb von Louisiana gereist, war sie hier Jacks Hand fest, als sie durch die geschäftigen Straßen schlenderten Lass uns zurück ins Zimmer gehen schlug. Michelle schließlich vor ihrer Stimme war weich, vor Sehnsucht sie gingen Hand in Hand zurück zum Hotel die Aufregungstie Michelle plapperten erfüß, als sie mit dem knarren alten Aufzug zu ihrem Zimmer fuhren. Jack öffnete die Tür mit der Schlüsselkarte und Michelle setzte sich auf die Bettkante und sah zu ihm auf Bubbles, bis du nervös fragte, Jacks Anft setzte sich neben sie. Nein, Michelle antwortete schnell, obwohl ihr Nicken sagt es, onst bin ich ganz fett, fügte sie leise hinzu, Jack drehte sich voller Zuneigung zu ihrem Mund, ihr seid auch ganz schön, sagte, er bestimmt sie stritt nicht über ihre Größe, sie wusste, dass sie übergewichtig war und etwas anderes vorzutäuschen hätte sich unaufrichtig angefühlt. Aber Jacks sagte ihr die Wahrheit, du bist schön, wiederholte er und er meinte es ernst, das war sie wirklich. Am Montagabend Brian saß und erfüllst Jack gegenüber bei Jitters Coffee einkaufen. Jack bestellte seinen üblichen Kaffee. Mit Kondensmilch und sah Brian dabei zu, wie er zappelte, hey. Brian, wie läuft's, fragte Jack und setzte sich ihm gegenüber, ey gut, mir geht's gut, wie geht's, dir stammelte Brian, ja mir geht's gut, habe schwarze Bohnen zu Hause köcheln lassen, Jack antwortete und nahm einen Schluck von seinem Kaffee, Brian sah, verwirrt, aus also, worüber willst du ridden, fragte er, versuchte, zur Sache zu kommen. Jack berübte sich nach vorne, sein Blick war fest, warum will meine Frau mich betrügen, fragte er unverblümt und überraschte Brian, Brians augenweitensicher war verschiedene Szenarien in seinem Kopf durchgegangen, aber Jax. Direktheit überraschte ein Jack nippte an seinem Kaffee und stellte die Tasse beiseite, also, ich gab ihr alles, was sie wollte, dass das Auto, sie hatte einen tollen Lincoln, aber sie musste diesen Mercedes-Benz haben, ich gab ihr alles, Brian sagte, Jack seine Frustration war deutlich zu erkennen, Brian rutschte unbehaglich hin und her, sie wird älter, antwortete schließlich, Diderace auf dem College und Jacqueline fühlte sich unerwünscht, Jack hörte zu und nickte lang, sah mal, so braucht es nur ein bisschen Aufmerksamkeit von jemand Jünger, fragte er immer noch, nun glaube manchmal, ja, von dir ist es nur Lärm, aber von jemand anderem fühlt es sich anders an. Brian gab zu, Jack trank seinen Kaffee aus und fühlte sich hohl, aber er gewann etwas Verständnis, Michelle war schon immer in dich verknallt, es brauchte nur ihr zu sagen, dass sie süß ist, murmelte Jack. Brian zuckte mit den Schultern, es war schon immer leicht, ihr zu schmeicheln. Jacks Kiefer spannte sich an, er zwang sich zu einem dünnen Lächeln, sagte Gute Nacht und ging zurück in seine Wohnung. Jack aß schwarze Bohnensuppe mit extra scharfer Soße und tauschte Nachrichten mit Michelle aus. Am Dienstagmorgen wachte er mit Klarheit auf, Jacquelines Affäre war nicht seine Schuld, sie rührte von ihren Unsicherheiten her. Zum ersten Mal fühlte sich Jack nicht wie ein Versager, ihm wurde klar, dass er alles für ihre Ehe getan hatte, was er konnte und dass ihr Verrat ihr auf die Nerven ging. Er fühlte sich leichter. Jack verstand, dass seine kleine Wohnung nicht mehr ausreichte, er wollte mehr Platz für sich, Michelle und vielleicht sogar sie. Mädchen, der Gedanke daran, weiterzumachen, war nicht mehr entmutigend, es war aufregend an diesem Abend. Es war Zeit für eine weitere Tanzstunde, aber diese fühlte sich anders an. Jack hatte etwas Wichtiges geplant, etwas, worüber er seit Wochen nachgedacht hatte. Nach all der Zeit, die sie zusammen verbracht hatten und allem, was sie geteilt hatten, Jack wusste, was er wollte. Er wollte sich ein Leben mit Michelle aufbauen. Als er im Tanzstudio ankam, erfüllte ihn eine vertraute Aufregung. Michelle wartete bereits, ihre Augen leuchteten auf, als er näher kam. Sie begrüßte ihn mit ihrer üblichen sprudelnden Energie und brachte Jack zum Lächeln. Hey, sprudel, sagte Jack herzlich. Hi, Jack. Sie strahlte, bereit für mehr Tanzen. Jack lächelte mehr als bereit. Sie betraten die Tanzfläche und gesellten sich zu den anderen Paaren. Nachdem sie monatelang zusammen getanzt hatten, jede Stunde hatte ihre Verbindung vertieft. Ihre Bewegungen waren synchronisierter. Nicht nur im Tanz, sondern auch darin, wie sie sich zusammenfühlten. Kai. Der Lehrer rief die Schritte, ermunterte und lobte, aber Jack konzentrierte sich nicht nur auf den Tanz. Seine Aufmerksamkeit galt Michelle, ihrem Lachen, ihrem Lächeln, der Art, wie sie sich mit ihm bewegte. All das erfüllte ihn mit einem Gefühl der Ruhe, als die Musik zu verklingen begann. Jack wusste, es war Zeit, er hatte diesen Moment viele Male geprobt, seinen Verstand. Aber jetzt, da es hier war, raste sein Herz, als Michelle sich neben ihm drehte, er sank plötzlich auf ein Knie in der Mitte der Tanzfläche. Michelle blieb für einen Moment verwirrt stehen und drehte sich, um um ihn anzusehen. Die anderen Paare bemerkten es und richteten ihre Aufmerksamkeit auf sie, als die Musik verklang. Michelle fahr. Jack begann mit starker Stimme trotz seiner Nervosität Ich liebe dich von ganzem Herzen, ergriff in seine Tasche und zog eine kleine Samtschachtel heraus, darunter ein umwerfender Gelb-Goldring mit einem Eins-Karat-Diamanten umgeben von vier kleineren. Diamanten willst du mich heiraten? Michelles Augen weiteten sich, als sie auf den Ring sah dann wieder auf Jack für eine Sekunde, das ganze Studio. War still dann, stieß sie plötzlich einen Freudenschrei aus und warf Jack zu Boden. Sie war, viere Arme um ihn und küsste ihn aufgeregt. To' Archie rief sie zwischen den Küssen flachend die anderen Paare, brachen in Applaus und Gelächter aus, als Michelle Jack in ihrer Begeisterung fast umwarf. K.U., der von der Seitenlinie zu sah, stimmt Hein das Lachen? Einer sitzt ein Jeichner anrief. K.U., belustigt Michelle Stiegen. Ich von Jakab ihr Gesicht war rot vor Aufregung und ein wenig verlegen griff sie nach dem Ring und hielt ihn hoch und staunte über den Diamanten, der im sanften Licht des Studios funkelte. Ja, ja, ich werde dich heiraten, rief sie voller Glück. Jack grinste, als er aufstand und seine Hose abstaubte. Sie umarmten sich erneut und Michelle küsste ihn noch einmal, bevor sie voller Ehrfurcht auf den Ring an ihrem Finger starrte. Die Tage nach dem Antrag waren ein einziger Wirbelsturm der Aufregung. Jack lief seinen Sohn, JJ, an, um ihm die Neuigkeiten mitzuteilen, wirklich. Dad, JJ neckte ihn am Telefon. Meine Stiefmutter ist jetzt jünger als ich. Jack kicherte über den verspielten Ton seines Sohnes. Ja, ich schätze, sie ist nicht weit dahinter. War seine Tochter Derry, die sich den Neckereien anschloss, sieht aus als, wäre ich nicht mehr das Nesthäkchen der Familie. Sie scherzte und tat so, als wäre sie verärgert. Aber Michelles älteste Tochter Millie beruhigte Dera schnell, dass es eigentlich ziemlich toll sei, eine große Schwester zu sein. Es ist fantastisch. Man darf 15 Minuten länger aufbleiben als die Kleinen. Die Familie versammelte sich in Jacks neuem Haus zu einem festlichen Abendessen und das Thema von Jacks Spitznamen. Mr. A.I. kam auf Percy Jacks junger Mann, drehte sich verwirrt zu seinem Vater um. Warum nennen sie dich so? Es begann, als ich Michelle zum ersten Mal traf. Jack erklärte lachend, ich nannte sie Bubbles und ich schätze, die Mädchen fanden das lustig, also dachten sie sich etwas für mich aus. Bubbles fragte Alisa Percys Frau und versuchte nicht zu lachen. Ich weiß nicht. Jack zuckte mit den Schultern. Sie ist einfach so voller Energie und es kam irgendwie heraus, dass Michelle lächelnd rübergriff, um Jacks Hand zu halten und ich fand heraus, dass sein zweiter Vorname Archibald ist, fügte sie grinsend hinzu. So natürlich, natürlich, Al. Das Mädchen fing an, ihn Mr. A.P.I. zu nennen und er ist ein großer Saints-Fan. Penelope mischte sich wissend ein, Archie Manning natürlich. als Millie und Mandy ihre neuen Geschwister nach draußen brachten, um ihnen zu zeigen, wo der Pool gegraben werden würde. Dara verweilte neben ihrem Vater und beugte sich vor, um zu sprechen leise. Papa, ich habe Mama vielleicht verraten, dass du und Michelle nächsten Samstag heiraten, gab sie verlegen zu. Jack seufzte, lächelte aber. Süße, es ist okay, ich habe es nicht vor ihr geheim gehalten. Do nickte und sah erleichtert aus. Jack war allerdings ein bisschen verärgert, fickte sie vorsichtig hinzu. Jack zuckte nicht überrascht mit den Schultern. Das ist ihr Problem, sagte er ruhig. Sie traf ihre Entscheidungen, während er zusah, wie seine Familie im Hof verteilt war und lachte und mit den Kindern spielte. Jack konnte nicht anders, als dankbar zu sein, dass alles auf eine Art zusammengekommen war, die er nicht erwartet hatte. Als er dort stand und Michelles hantiert, wusste er, dass dies der Beginn eines neuen Kapitels war, eines voller Liebe, Glück und Frieden.